Heyo Leute, hier ist euer Shizu1305 und ich bin kaputt! Und, äh, kurzes Infovideo muss sein, ich muss ein bisschen was klären. Erstmal sorry für diesen, in dieser Woche Lag an Videos. Ich kann nicht versprechen, dass es nächste Woche besser wird. Wir sind in der, auf der Arbeit momentan verfickt stark unterbesetzt und wenn ich dann nach Hause komme, klatsche ich eigentlich nur noch mit meinem Kopf auf dem Tisch. Beziehungsweise ich bin selten vor 6 Uhr zu Hause, sondern habe ich meistens wenig Lust, noch irgendwas groß zu machen. Deswegen auch ein riesen Sorry, dass sich das mit der 10 Days in Hell Challenge noch so weit hinaus zögert. Ich bin dran, ich arbeite dran. Allerdings, wie gesagt, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, die, das Ganze zu bearbeiten, das geht für mich in Arbeit über. Und, äh, das ist so ein bisschen bleh. So ein bisschen zum Kotzen. Deswegen, ähm, möchte ich mich dafür entschuldigen, dass es sich so zieht. Ich werde versuchen, das trotzdem so schnell wie möglich hinzukriegen. Ich habe den ganzen Kram schon aufgenommen. Also, die ganzen Welten habe ich schon aufgenommen. Jetzt muss das halt nur noch bearbeitet werden. Und das ist halt der Punkt. Ich muss das kommentieren. Und ich kann nicht wirklich, ihr merkt das gerade, ich komme gerade von der Arbeit. Ich kann nicht richtig gut kommentieren, wenn ich halb im Arsch bin. Deswegen wird sich das leider ein bisschen verzögern. Und da bitte auch um Verständnis, dass das ein klein bisschen dauert. Ich bin jetzt, was ich noch sagen muss, ich bin jetzt ab, ähm, ich weiß nicht, ob ich morgen noch was hochladen. Ich glaube nicht, weil ich werde da nicht zukommen. Ich werde, ähm, morgen werde ich nichts hochladen. Ich bin morgen nämlich unterwegs. Ich fahre zum guten Stammbus. Und werde da mal ein nettes Wochenende verbringen. Und Sonntagabend dürfte es dann wieder Videos geben. Ich bin dann, glaube ich, wieder zeitig hier. Und dann lade ich wieder zeitig und gut was hoch. Noch was anderes. Ich möchte mich bei vier Leuten bedanken, die was für mich gemacht haben. Nämlich einmal, ähm, habe ich zwei Bilder bekommen, die ich jetzt hier gerade mal Flix einblätten werde. Von, äh, Jaijea Larex. Ich hoffe, ihr habt deinen Namen richtig ausgesprochen. Und von Sonisia194. Habe ich Bilder bekommen. Finde ich total toll. Ist ja auch total toll. Ist ja auch total süß. Lade ich jetzt hier gerade mal eins. So könnt ihr sehen und so. Dann habe ich ein Fanvideo bekommen. Von NightwindLP. Der, das ist jetzt auch hier so in einem Verlinkung. Und so und so. Glaube ich. Ja, stimmt. Das Fanvideo ist auch in einer Verlinkung. Und das Speedpaint von Mayako-chan. Oh, das war, das ist so toll. Ganz ehrlich, ich finde dieses Chibi-Me so toll. Ist so toll. So, ich, die so Chibi-Ich und so. Das findet ihr auch jetzt in der Verlinkung. Entweder unten in der Beschreibung. Oder, ich würde es wahrscheinlich hier eher über, über das Video machen. Also klickt einfach hier oben links und rechts auf diese jeweiligen, äh, Texte. Und dann kommt ihr zu den jeweiligen Videos. Danke an euch. Das gefällt mir wirklich sehr. Finde ich super toll. Gefällt mir wirklich geil. Und ich freue mich immer wieder über neue Sachen. Wirklich. Viel, 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 viel Danke. Und ich glaube, mehr kann ich auch, mehr kann, mehr kann ich leider nicht machen, als euch so zu danken. Und das auch so zu zeigen. Also, wirklich vielen Dank. Ja, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Sorry, dass es mit der 10 Days in Hell Challenge sich so lange zieht. Ich bin relativ Matsche und alles und bleh. Arbeite zu viel. Und sorry für den Lack an Videos. Ich arbeite zu viel. Das ist ätzend. Das ist ätzend. Danke an die Fanarts und die Fanvideos. I really appreciate it. Und jetzt morgen Samstag wird es keine Videos geben, weil ich unterwegs bin. Da werde ich auch auf nichts antworten können und so. Ich kann nur sagen, ich lade jetzt noch Scott Pilgrim hoch. Und eventuell noch eine Folge Minecraft. Und ich kann noch nichts versprechen, aber ich glaube, ich werde demnächst auch wieder Team Fortress aufnehmen können. Ich bin zwar momentan mehr auf einem LoL-Trip, aber Team Fortress ist immer noch eins meiner Main Games. Macht mir auch immer noch Spaß. Und ich habe im Moment einfach keine Lust drauf, es zu spielen, wenn ich es nicht aufnehmen kann. Ist irgendwie total merkwürdig bei mir. Ich bin ein Bruiser, verdammte Scheiße. In League of Legends ich bin ein verdammter Bruiser. Gangplank, Tankplank. Ich spiele alles. Ich probiere alles aus. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß bei Scott Pilgrim oder Yoshi's Island oder Rayman 3. Ich weiß noch nicht, was ich hochlade. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute.